Musik 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 Ja, das ist du schon. Ja, das ist du schon. Bereit? Alles auf die Plätze. Alles auf die Plätze. Alles auf die Plätze. Alles auf die Plätze. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber das wird doch eh nicht so schlimm sein für die Kolumbianer. Wäre besser, stellt sich unten die 8 Kolumbianer auf und macht sich gleich bereit für das Match. Bevor das Video anfängt, will ich noch jemanden grüßen, Mohamed. Er hat einen Youtube-Kanal, das heißt Brawl Stars-Luke. Und ja, wenn ihr lehrt habt, abonniert ihn. Und ja, wir warten noch währenddessen auf unsere Gegner. Mein Bruder aus der O8, Alexander Harich, sieben Jahre alt, spielt in der O8. Ali bekommt wieder den Ball, er dreht der Schicht. Tor, 1-0 für Kolumbia. Tor macht Ali, 1-0. Kolumbia führt währenddessen mit einem 1-0. Ort spiel mit einem Moduls. Und wenn ihr vielleicht wusstet, ich spiel, ich spiel, ich spiel, ich spiel, ich spiel. Und ja, purs und dann. Weil wenn ihr wissen wollt, wie ich heiße in Brotters und so, schreibt es in die Kommentare, ich werde eure Fragen beantworten, probiere es und ja, weiter zum Spiel. Nummer 12, passt zu Ali, passt zurück zu Nummer 12, Nummer 12, passt zu Sandro. Sachs, Ali, und schieß, Tor, Tor, 2-0 für Kolumbia. Wenn ihr es schon vielleicht bemerkt habt, auf der anderen Seite spielt Antonia. Leider haben wir ja nicht zwei Kamera, ähm Leute, sonst könnten wir, wäre es für uns, vielleicht da die Videos von beiden, wenn sie ein gemeinsames Match haben, zu machen. Aber leider ist das so. Abstoß. Der Ton schießt aus. Nummer 5, schießt und der Ton schießt den Ball raus. So raus. Weg. Und der Ball ist ein paar anders. Und Alex wurde gerade eingewechselt. Schießt. Alex nimmt den Ball raus. Schießt. 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 Wir haben jetzt, also eigentlich Kolumbia hat jetzt nur zwei Tore, aber werden sie es noch schaffen. das dritte Tor und Ali schießt. Oder teuer. Der Ball. NAC, 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 NAC. Und ja, wenn ihr liked und abonniert, werdet ihr in jedem Spiel, das ihr spielt, die geilsten Sachen bekommen. Zandro läuft. Schießt. Und der Tor hält den Ball. Der Stürmer läuft in den Ball und verliert ihn wieder. Zufall. Der Sachs nimmt den Ball an. Er geht weiter. Und der Tor hält den Ball. Das war's. Ohhhh. 3-0. Der 31 Elvir macht ein Tor. Wenn ihr liked und abonniert, werdet ihr heute viel Glück haben. Oder wenn ihr auch in die Kommentare schreibt, werdet ihr drei Tage Glück haben. Aber wenn ihr es schon getan habt, werdet ihr das doppelte Glück haben. Also sechsmal. Nummer fünf. Und schießt. Der Tor hält den Ball. Und Abstoss. Und der Tor hält den Ball an. 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 Und jetzt ein Tor hält den Ball. Und der Tor hält den Ball an. Und dann kommt die Flanke rein. Und der Tor hält den Ball. und es ist auch kalt nach dem Spiegel und in der Pause. Aber ich hoffe, niemand wird sich wegen der Regen helfen und viel Kraft haben. Sandro passt zurück zum Tormann. Der Tor nimmt den Ball in die Hand. Schöne Flanke. Und Pause. 3 zu 0 für Kolumbia. Die Spieler haben gut gekämpft und werden, wenn sie so weiter machen, mehrere Tore machen und sich sichern und dann ohne Probleme den Sieg holen. Der Tor hat nur für alles grundsätzlich aufgepasst. und fast werde bei denen konnte und wie schießt 4 1 zweites tor von ennir und alle ja alles ist drinnen Abschluss für Kolumbia, Sakuha Tomal, Alex, Tomal verliert den Ball leider, er hat er schießt, Tor 4 zu 1 und der Alex steht da, der 5 läuft, Severin du musst zum Ball, du lässt runter, ruf, wendt zum Ball jetzt einmal. Na 5, na 5, schießt, 4, 3, 4. Tor! Alex macht das! 5 zu 3! Alex macht das 5 zu 3! Alex hat den Ball. Passt zu Sachsi, Sachsi schießt! Und der Ball ist draußen. Der Ball für den Nazi. Und da kommen die neuen Spieler. Der Kufi hat den Ball. Schießt! Tor! Ein Wurzentor! 6 zu 3! Was ist das? Ich mag ihn abschlecken! Lolli! 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 Lolli mich Atlanta! Bei derissa Treしか einer Lolliily ist. Mann, Lolli! Lolli! Lolli nicht! Lolli! Dienst? Lolli, 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 Lolli. Na sieben, na drei. Tor! Er steht 6 zu 4. Passen wir miteinander. Drei. Und Tor! 6-5. Tor für die Gegner und Power. Das ist nicht gut. Ich hab gedacht, ich hab nicht gesehen. Tor! 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 Adrian wächst! Tor! 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 Es tut 6 zu 7. Von 3 zu 0 Halbzeit, von 3 zu 0 vor der Halbzeit und danach der Halbzeit 6 zu 5. Was ist das? Ich sage sie. Sandro schießt. Tor! 7 zu 7. Ich bin die Sachse. Sandro. Was ist Sachse? Sachse? Schießt! 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 Und? Mann! Ja! Nein! Oh, der war genau. Oh, der war genau. Und der Spiel ist zu Ende. Ein Unentschieden. 7 zu 7. Ui. Ja, der O8 hat ein Unentschieden gespielt. 7 zu 7. Zuerst vor der Halbzeit hat Kolumbia 3 zu 0 geführt und dann nach der Halbzeit ein 7 zu 7. Es war ein spannendes Spiel, aber leider hat keiner gewonnen von denen. Habt ihr schon abonniert? Wenn nicht, geht es runter, drückt auf Abonnieren. Wenn ihr nicht weiß, wie es aussieht, es ist dieses rote Ding und da steht Abonnieren. Und wenn du drauf drückt, wird es weiß. Und dann noch auf die Glocke aktivieren und alle drücken. Ja, wenn ihr das macht, bin ich sehr froh. Und noch schwieriger bin ich auch, wenn ihr ein Like da lacht, abonniert und ja Kommentare schreibt. Danke und Tschüss. Wir sehen uns nächstes Mal. Plus tanzierung. Und in der mind, kommt in der Zeit. Find ihr sie denn! Die ist so schön! Nimm den Kuss! Mitten! 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 Oh, der ist haltig! Oh, der ist so schön! Schlotte! Mitten! 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 Wetter rechts! Wetter rechts! Mach dich groß! Und? Macht nichts! Wetter rechts! 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 Das ist bis zu Ende. Ich möchte schießen mal nicht. Und tschüss. Zwei, diese Seile nicht angreifen, da ist Strom drinnen, ja? Da ist Strom drinnen und die Tiere drinnen bleiben auf der Weile, die nicht herausgehen, ja? Okay, deswegen soll man nur nicht näher in die Kühe gehen. Weil die Kühe, die schaut man nur an und macht keine Höhung, ja? Okay. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay. Man kann normal gehen und muss nicht laufen, aber wenn du laufst, dann werden die auch hängig. Okay. Nein, das ist ja nicht so. Das ist ja ganz schön, oder? Und wenn das so ein bisschen da ist, könnten sie vielleicht noch ein bisschen da, dann kommt in ihrem Kopf, in ihrem Zeilen lang. Antonia, hast du was gesagt? Nein. Ja, okay, schön. Hallo. Nein. Nein. Der hat Locken. Man darf so machen. Der hat Locken, Mann. Pass auf. Und dass er gestern hier war, der mit den Freunden, der hatte sich gestern mitkommen. Jetzt vor ihm sind wir. Möchtest du bitte herkommen, wenn er ein bisschen gelesen hat. Das ist super Ropsa.